sehr schöne musik hallöchen ja wie man es hier sieht ein remix von fireworks alter geil ja wie man sieht sind jetzt die beiden neuen autos raus das hot wheels dlc und die wollen wir uns heute mal angucken ich mache mal ein anderes lied an weil das war ein bisschen laut und ja das war ja so schon erstmal gucken natürlich haben wir uns die schon gekauft sind die gruppe die sind hier gar nicht doch was so oder bin ich jetzt blöd ach da ist es ist ja schon hier so einmal den twin mill 3 sieht ein bisschen komisch aus finde ich ich muss ehrlich gesagt sagen hast du damals hot wheels autos gehabt hast du die gemocht ich hatte zwar auch hot wheels autos gehabt aber ich fand die nicht so dolle genau und ich bin schon immer so ein so ein typ gewesen der im halt so reelle vorbilder halt lieber mark deswegen habe ich sie gut damals geliebt der boneshaker alter der sieht echt mega aus ich würde sagen den boneshaker test ich jetzt auch als erstes so gar nicht mal gucken welches auto kommt nehme ich mal den auto anpassen die musik wo ist der boneshaker der totenkopf vorne ist so sieht so krass aus und okay boah bonejack all dann piratenschiff in coming oder was hot wheels inferno das sieht auch cool aus ich glaube es sind auch wieder neue wach gekommen ja es gibt neue spuren denke ich mal da habe ich nix gelesen darüber auf jeden fall neben dem neben den beiden autos sind halt für jedes auto halt sechs neue lackierungen also für für beides der neue für die beiden neuen autos und zwei antennen zwar und zwei hüte und jeweils für das auto und natürlich auch die passenden räder dazu aber ich kann ich kann mich nicht konzentrieren deswegen werde ich jetzt mal kurz erklären ja genau irgendwie die haben so die haben irgendwie so komische namen ww5sp genau oha 5 sieht ziemlich normal aus ja aber die sind doch irgendwie special Special. Das sind halt so richtige, äh, zu den Tuner-Baden halt einfach. Äh, wo ist denn der? Ach, da. Ah, okay, ja gut. Ja. Oh, so Weichsbrand-Felden, so Reifen, Alter. Oh, die WW5SP sind geil. Uh, die passen gleich zu dem Hot Rod, Alter. Ja, ähm, was ist noch der, ähm, ähm, ach nee, das erklär ich, äh, während des Spiels. Jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren an ein Auto hier. ...zumachen. Alter, ich bin schon fett. Ohne Antenne, ohne alles. Ich hätte nichts dran machen. Keine Antenne und kein Dach aufs Hand. Willst du nichts drauf machen? Nee, das würde alles verschanden. Das ist einfach nur geil. Der sieht so ultra aus, Alter. Da muss nichts dran, ehrlich. Hat die Boron schon zu sehen? Ich weiß nicht. Also, ich hab das Gefühl, dass das so ehrlich war, dass es einfach krank ist. Ja gut, doch, an dem Boron schon wach ich hin, und die sind totkomponiert, äh, leuchten in den Augen rein. Ja gut, ich hab das Gefühl, dass das so richtig krank ist. Ja gut, ich hab das Gefühl, dass das so richtig krank ist. Hä? Okay, da gibt's glaube ich noch irgendwelche Probleme. Ja, was denn? Also, das sieht irgendwie so komisch aus, die Farben. Ne, ich glaub, die sind doppelt, äh, die sind doppelfarbig, deswegen. Siehst du, dass das, äh, ja, es ist eine Farbe zwar, aber die sind zwei verschiedene, sozusagen. Ja, aber guck mal, das, das hier ist schwarz und das ist trotzdem so blau. Ja, weil, ich sag ja, weil das hellere schwarz, also so, äh, ich sag, ich denk mal so durchsichtig farbend ist. Und wie heißt das hier? Ah, okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ach, nochmal schnell Werbung für Monster-Enercene. Oh, könnte ich jetzt eigentlich auch trinken, aber ich hab Angst, dann, äh, nicht mehr schlafen zu können. Ja, ich hab leider das Problem, dass es trotzdem ist. Äh, Alter, sieht das? Ja, ich würd sagen, ich mach, lass das mit dem, ich würd, äh, ich brauch jetzt auch die anderen Team, aber lass das. Ja, das können wir, ähm, gleich machen. Ja, genau, gleich machen. Warte. Ich bin gleich fertig. Ja, 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 das will ich. Das will ich. Ich weiß nicht, ob die Felgen passen. Ähm. Für Orange RT. Ich muss immer gucken, welche feste die RT-Taste ist. Äh, äh, ich glaube auch, Alter, bei FIFA jedes Mal. Seit Ewigkeit entspiele ich die Spiel, aber ich muss gucken, ich hab keine Ahnung. Äh, äh, ja, ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Für den nehm ich mal eines der neuen Felgen. Äh, äh. 5 SP. Boah, das sieht geil aus. Zieht ja gleich mal meine Kaffee rein, Alter, dann weißt du, was ich meine. Ja. Dann weißt du auch, was ich meine mit dem Kur. Nichts drauf machen. Wo? Ach, da sind die anderen. Ja, die passen besser. LT, ne? LT, blau ausstatten. Ja. Dark Matter. Auch weil das gerade überhaupt gar nicht passt. Das war so ganz nett. Kurz erzählt, wie der Tag war. Nehme ich jetzt das oder lass ich das so? Äh, wieso? Achso, okay. Bei den grünen lass ich das so. Oh, ich lass das bei beiden so. So, dann. Alter, Alter. Ja, du hast auch die passenden Felgen dazu. Äh, das sieht wie... Alter, das sieht aber auch geil aus bei dir. Ja, ja. Warum kommt man mal in blau? Hm? Ja, nice. Das sieht richtig geil aus. Ja, bei mir ist... Oh, vielleicht sollte ich mal auch weiß nehmen. Uh. Jetzt hast du mich auch für eine Idee gebracht. Sorry, ich will es schnell machen. Ah, jetzt muss ich hier wieder... Boah. Das ist dann blau LT. Oh, ich muss jedes Mal drauf gucken. Äh, 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 äh. Ich nehme mal das blau. Die Felgen... Nämlich doch... W, weil die sehen echt gut aus. LT für blau. Äh... Was hast du da eigentlich LT für blau? Ja, ich, ähm, äh, 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 stell das halt für jede Farbe, äh, um, ne? Okay. Äh, wollte ich nicht auch irgendwas machen? Was war das denn? Sorry, das war ich. Hast du gekurzt? Nene. Ne. Was zur Hölle? Voll der Remix hier. Äh, äh. Von Madonna war das, glaube ich. Äh. Ah. Ach komm, ich lass das so. Wir wollen ja nicht ewig Zeit verbraten. Alter, das sieht mega aus. Aber das sieht auch geil aus. Seht sich echt krass aus. Ja. Oh, ho, 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 ho. Ja. Bist du fertig? Oder? Äh, war ich schon. Achso. Achso. Ja, was ist denn, äh, noch dazugekommen? Also, ich guck mal in der Liste. Ich hab mir das auf dem, äh, zweiten Monatomal bereitgestellt. Also, mit dem neuen Update ist, äh, unter anderem eine neue Kiste, äh, hinzugefügt worden. Ah, schade. Und zwar die Players' Choice Crate, äh, Series One. Ähm, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch klingt, aber... Ja, das sind die, äh, die besten Dinge, oder die beliebtesten Dinge aus allen Kisten bringen. Genau. Da steht nichts Neues drin, leider. Ja, genau. Ich denke, ich glaube auch nicht. Ähm, die Community konnte nämlich, ähm, äh, entscheiden, was, ähm, so das Beste ist. Und das wurde dann halt alles in einer, ähm, Kiste reingepackt. Finde ich eine gute Idee, weil dann sind nämlich auch, äh, die richtig guten Sachen halt auch mit bei. Würde ich mal sagen. Zumindest die beliebten. Naja, und, ähm... Vielleicht das Selbstsein von Nova. Ja, ja, hoffentlich. Was ist denn noch, ähm, äh, äh... Wolter. Ja, ja, rausgekommen. Ähm, ähm... Rocket League unterstützt jetzt... Oh, ich kann mich nicht konzentrieren während des Spiels. Ja, deswegen, ich mach das. Deswegen, ich mach das immer in den Pausen jetzt. In den Pausen, äh, sag ich dann halt immer... ...eine Sache dazu. Boah. Ey. Oh, Puh. Ey. Wohl. Alter. Was für ein Chaos hier. Oh, das war ein ganz schlechter Tausch von mir. Oh, oh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Das war richtig. Oh. Was war richtig? Äh, äh, äh. Richtig. Oh, 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 Entschuldigung. What the fuck? Ach, das was? Ach so, du, wo du dich zerstörst. Was musst du machen? Das war da, der Kack, weil es ist spät, deswegen muss ich leise sein. Ach ja. Ja, da haben wir. Na komm, scheiß, boh. Sehr schön. Ich hab leider voll verfehlt. Alter, der sieht echt geil aus, das Auto. Ja, der ist wirklich cool. Da kommt die gelbe Schleuder. Uhu. Mega. Äh. Der hat auch einen geilen Sound. Ja. So typisch Hot Rod mäßig. Wie immer erste Saune. Ja. Muss man da aber den, äh, äh, hier entwickeln, dann immer, äh, echt, äh, Lob aussprechen. Die machen immer geile, äh, Updates. Ja, und geil aus. Genau. Meine ich ja auch damit. Alter, das war wohl auch froh, die Komplett. Äh. Äh. Oh. Äh. Mahlzeit. Nein. Äh, los. Alter, willst du mich verarschen? Näh! Ja, da, da hat er noch einer, ähm, Pömpel gehabt. Rar. Der hat tatsächlich Glück gehabt. Oh, Alter, das war aber ganz klar. Aber noch mal. Oh, der hat, äh, äh. Der hatte schon ein Chaos. Ja. Ja, gut, das ist ja schon. Also, es gibt ja schon ein paar Stunden. Eben. Und ich denke mal, das wird hier wieder so sein, dass man, äh, obwohl, weiß ich gar nicht. Aber warum kam das Update zu früh? Äh, wieso? Ja, das war doch diesmal nicht um 19 Uhr. Ach so. Na, vielleicht haben wir es extra so gemacht. Weil es halt, äh, doch schon... Jo. Ich hab mich wirklich sehr froh, dass das schon da war, ich denke. Wie gesagt, bei mir war das gerade so zu einführen. Mal war es da, mal war es nicht da, Alter. Ich denke, hä? Hm. Den behalte ich auf jeden Fall so, weil der ist echt geil. Muss ich mir gleich irgendwie noch einen anderen Platz dafür aussuchen. Für den anderen. Hehehe. Ja, windig. Ja, windig. Ich hab Stacheln geblieben, falls mich sie nicht sehen solltest. Ich hab Pömpel. Ah, aber ich lass... Oh, schade. Der ist gerade aus dem Radus gegangen. Ich hab mich für Morda gefahren. 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 Boah, die Karin ist echt nice, Alter. Wie die Fälle auch so schnell. Ja, mir auch. Ja, mir auch. Nur der Name ist halt ein bisschen unpassend. Oh, schade. Hehehe. Noch ne Barade. Was hat das für den Flug? Oh, schade. Oh, schade. Ich muss doch mal ganz richtig sagen. Ich bin ja wohl vor dem Flugzeug, der Freunds hat ja echt krass gemacht. Ja, außer dass er in meinem Magen Probleme gemacht hat. Und dass wir keine Freunde haben. Hehehe. Huuuuh. Oh nein. Oh, doch. Nein, doch. Nein, doch. Blüpp, blüpp. Was ist los mit mir, Alter? Drei Tore mit der Karre? Zwei Rettung? Was ist los? Ach, du krass. Alter, wie die Flammen da aus dem Motor schießen. Alter, das sieht so krass aus. Was war das denn? Bitte geh nicht. Das sind so eine Hohenzolle-Schütte, weißt du? Die eigentlich rum rum reingehen. Das war ganz easy going, Alter. Merde. Alter, das Ding dreht sich. Das war der zweite. Der eine ist mit Carrera, also mit einer Bahn. Ja, mit dieser Hai-Dengs-Bums. Dieser Hai-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf. Ja, Mann. Geil. Ach, schade. Was mache ich da? Was machen die da? Scheiße. Nein! Nein! Oh, bitte. Nichts, nicht, nicht, nicht. Oh, schütt. Hui. Nelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel. Oh, oh. Hahaha. Das war mein Schumann, da. Boah, Sauberhoch. Boah, Sauberhoch. Hihihihihihi. Alter, also, sie haben so einen absoluten Bastard in den Bauen zum Team. Boah. Ah, schade. Der kann wirklich nicht, wenn ich da im Team besiege. Oh, goah. Achso. Der hat doch, siehst du, das ist gar nichts. Oh, Gott. Ja, ich bin gerade noch schlimmer. Boah, noch eine Parade, was für ein Wunsch, Alter. Weiter. Drei Tore, drei Parade. So. Oh. Yo. Der war ja mal geil. Der ist schon eine super Vorlage. Tup, 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 tup. Ja. Laubeer. Der ist ein Auto. Der ist wirklich kleines Auto. Gibt es richtig. Ja. Ich würde dann auch mal sagen, wir schauen uns mal jetzt das zweite Auto an, oder? Tö, wir machen ja. Ich habe gewöhnliche Antenne. Ich auch. Die Hotmail, so 10, 8, ich habe nur so viel geduldet. Ja, zweite Auto. Ja, machen wir dann auch hier direkt in der Folge. Machen wir keine Doppelfolge raus. So, Garage, welches Auto will ich denn jetzt mal... Cool. Cool, der ist richtig cool. Und seine Auto ist. Buh. Du, 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 du... Oh, man. Passt. Wo ist denn der? Ach, da ist er. Twimble. Oh Gott. Okay, in der Farbe sieht er echt kacke aus. Oh, Instrumental ist so gut. So. Bei wem will ich mal die anderen Felgen benutzen? Die OH-5. Ah. Ich habe das halt blöd, echt blöd eingestellt hier. Dark Matter natürlich. Mit Dark Matter hat man Better, Better. Gut. Du scheiß Rat hat meine Mucke. Gott wills. Gott wills wissen. Billy wills wissen. Willi willi. Ui. Alter, heilig. Fresse. Entschuldigung. Für so ein bisschen. Danke. Die sind aber scheiße, die OH-5-Felgen sind dann welche. Ja, irgendwie schon. Diese Kübel sind dann welche. Ja, 50 Mal. Ich trainiere живот. Ich trainiere Kontracof. Ich trainiere Mutters behaviors. Ich trainiere nicht. Ich trainiere Kontraconf source. Das ist nach Ace Howard. Es fällt einnend. Genere kein Mucke. rt rtl irgendwie gefällt mir das auto nicht so wirklich hat so eine komische komische form habe ich nicht oh ja ich habe das ist auch so ein auto also da mache ich nichts drauf ich schon vielleicht eine antenne nette farben bei dir ich mag die sticker von dem nicht so also da sind keine schönen sticker bei nee leider nicht finde ich auch ein bisschen die sehen gar nicht mal so schlecht aus aber auch so ja 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 zum thema was es noch gegeben hat neben der player choice create series 1 kiste wird jetzt auch rocket league für die ps4 pro mit 4k ähm alter alter wow nice ja ähm irgendwas wurde gefixt irgendwas lightning ah diese diese blitzfelgen sind haben jetzt glaube ich neue neue neuen neuen namen bekommen ja ich lese es hier gerade du solltest jetzt nicht lesen wie ich spielen gerade irgendwas mit ähm ähm boah ja so viel besonderes ist er jetzt ähm nicht gekommen halt hauptsächlich so bug fixes halt die beiden autos äh äh ps4 pro unterstützung und halt diese kiste oh jetzt habe ich unseren kollegen da alter weggeboxt alter das sound ist mega der ps hat das öfter machen wo anscheinend was ähm ähm so seitlich um den Randflug der will den versuchen dieser tony er hat und so der da gerade hochgeflohen ist ja der will das ja der scheint auch ein richtig guter spieler zu sein ja das ist genau das was ich meine boah genau die hoch blittert schade ne boah auch schade ne üben äh a äh ob Command 궁 er er hatte dennoch den dass es klaut wir sind es hat dort gewiesen was soll Da hab ich aber all zerstört, äh. Gewaltig. Alter. Wieder im Flug, äh, richtig so rumrödelt. Alter. Alter. Oh, what the fuck? Aaaaaaah. Pfff. Nein! Achso. War ja ein Gegner. Alter, ne. Ne, ne. Ah, du, die, die scheißverkackte Schlechtrex. Die, die scheiß, ähm. Die haben die scheiß Reichweite so scheiße gemacht jetzt. Ich kam einfach nicht ran mit meinen Scheißpumpel. Woah. Ah. Pfff. Ehm, ja, 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 ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist aber... schade. Oh scheiße! Oh! Ich hab' mich reingezogen, um auszusehen. Das ist schade. Oh Mann! hmmm bbbbbbb aaaah oi oi mhm oi der hört hier hin und her geschlossen alter hehehehehe oi 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 Nein, nicht schon wieder! Das ist noch getroffen! Aber Nein, den hätte ich treffen müssen! Nein! Ja! Viel zu schnell, alle sind sowieso ein Monster! Viel zu schnell, alle sind sowieso ein Monster! Hm? Achso, ja! Ja! Viel, viel, viel zu schnell! Ich hole auch gleich eine! Haben wir nach Köln! Sie gerne! Ich hätte nur noch zwei sind! Ah, ne! Eine... Eine Monster und ein Robster! Viel Prost! Ähm! Nice! Wir haben ihn aufgeholt! Naaaain! Doch! So ist Sache, alter! Richtiger Winkelzack, der geht rein! Oh! Das Auto ist echt mega brutal! Hätte ich aber... Diesen Sound hätte ich lieber in den Bone Shaker drin! Ich weiß nicht! Ah, schade! Ah, schade! Ah, schade! Ja, schade! Wir gehen los! Was? 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 Fassbar! Wie... Was macht ihr da? Boah, das hat aber auch echt gut gemacht! Äh, überheftiger Probe! Ja! Mit Dark Matter! Mit Dark Matter! Dark Matterhorn! Oh... Das ist genau das Problem! Scheiße! Oh! Scheiße! Oh! Ja, ich würde dann sagen, das war es Alter, diese Schatzjagd Okay Ja Ich würde dann sagen, das war es dann für diese Folge Tschüss